Hi und willkommen zu dem Video vor dem Video. Ich habe heute eine kleine Bitte an euch. Viele von euch haben ja kein Instagram, beziehungsweise wenn ihr Instagram habt, ihr folgt mir auch nicht alle. Falls ihr mir aber folgen wollt, das ist mein Instagram-Account. Da stelle ich oftmals so kleine Umfragen, wo ihr teilnehmen könnt. Ihr werdet dann, wenn ihr Glück habt, auch aktiv mit in die Videos einbezogen, beziehungsweise euer Kommentar wird dort erscheinen. Es wird eingeblendet. Und heute habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Ich möchte nämlich ein Video machen, in dem ich eure Aufgaben, die ihr mir stellt, umsetze. So, das heißt, ich stehe hier gerade in meinem Wohnzimmer und ihr sollt mir Aufgaben stellen, wie zum Beispiel, drehe dich fünfmal im Kreis und gehe auf den ersten Gegenstand zu und nehme ihn und zeige ihn uns, was ist es. Oder zeige uns den ersten blauen Gegenstand, den du siehst. An welchem Gegenstand hängen die schönsten Erinnerungen irgendwie so? Oder öffne deinen Schrank und nehme die fünfte DVD von links. Welche ist es? Wie findest du den Film? Erklär uns den Film. Und so weiter und so fort. Also ihr könnt da total kreativ entscheiden. Auf Instagram habe ich schon diese Umfrage geteilt. Es sind schon einige coole Aufgaben beisammen gekommen. Ja, ich möchte euch aber heute mit diesem kleinen Video, vor dem Video auch die Möglichkeit geben, noch daran teilzunehmen. Ich hoffe, ihr seid kreativ. Ich hoffe, aber ihr, ihr kriegt das schon hin. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Kommentiert fleißig. Ihr könnt doch gerne doppelt kommentieren. Wie gesagt, wenn ich eure Aufgabe nehme, wird diese auch in dem Video erscheinen. Also eure Kommentare. Und ihr seid dann im Video. Logisch, oder? Eigentlich logisch. Ja, weiter geht's. Wenn ihr aber keine Umfrage verpassen wollt, das hier ist mein Instagram-Account. Der eine von vier. Die anderen sind da auch verlinkt noch in einem Bild. Da könnt ihr mal rumstöbern. Aber gut, wir machen erst mal den hier. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Umfrage mehr. Das war es auch eigentlich schon, was ich euch heute mitteilen wollte. Seid kreativ. Ich bin gespannt, wann das Video kommt. Kann ich euch noch nicht sagen. Das kommt darauf an, wie schnell die Kommentare zusammenkommen. So wie lange es dauert, bis wir genug haben. Bis ich eine coole Auswahl habe. Aber umso kreativer ihr seid, umso schneller geht es, glaube ich. Ja, ich denke schon. Das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.